Die Sonne gab es da, welche stellungsvoller Riedervolle in den Rutschland hatten. Fantastisch gespielt, die haben heute die Möglichkeit zu schauen. Und es ist nur eine gewisse Absatz. Also nicht so, das war sehr gut. Und es war kein Abschalt, deutlich nicht. Und Liebius, auch zuvor, bis er hinten rauskommt. Und dann hat er den Ball im Blick auf. Und das war super, aus den Augen verwendet. Ein Traumstaat, technisch exzellent. Der ist nicht so, als zu leben. Für vier Erdbeer, wo man will. Aber das Tor wird sich, wird sich, wird sich. Ein unglaublicher Start. Gekloppt mit seinen Lockungen. Die Welt dreht sich um Schwarz-Gelb. Statt frühen Rückschlag, frühen Führung. Das ist doch mal eine ganz neue Erfahrung.